Minute Gruselnik Auch der Ball kommt gut Erstmals personell reagieren Da wird jetzt Marco Grüll reinwerfen Kapaldo Szeczko Immer noch Szeczko, immer noch Szeczko Hedl lässt den Ball aus Und eine wichtige Defensivaktion Von Querfeld geht noch weiter Salzburg wieder dran Und die Chance, Querlatte Es wird drei Minuten oben drauf geben Die haben in erster Linie mit der Verletzungsunterbrechung Bei Dion Kameri zu tun In der 25. Minute Wirft sich rein Immer noch Page, starke Lösung Zuerst der Ball gewinnt Dann die Übersicht Schon einen Tausch Bei den Salzburgern Dion Kameri Hört sich im Schulterbereich Verletzt für ihn Ist Nikolas Kapaldo Der eigentlich geschont werden sollte Früh Ist ja auch neu formiert Guter Ball von Koselnik Pavlovich Kein guter Pass im Aufbau Den hat Koselnik gerochen 20 Minuten gespielt Peter, wir sehen ein bemerkenswertes Fußballspiel Und Rapid mit Und Rapid mit Das ist ein bemerkenswertes Fußballspiel Das ist ein bemerkenswertes Fußballspiel Das ist ein bemerkenswertes Fußballspiel